Und dann ist es hier. Es war wieder mal ein Win, Leute. Wir haben Masse erreicht. Es ist wie ein Automat, wo du Geld reinsteckst, nur reinsteckst, nur reinsteckst und der gibt nicht. Scheiße, was ist das hier? Ich bin achter, Alter. Warum spiele ich denn noch ein Spiel? Warum mache ich das, Alter? Warum mache ich das nicht einfach raus? So, next game, next luck. Oder wie man das so sagt. Sprachen lernen, bubble. Next game, new luck. Fangen wir mit dem Schwert an. Könnten wir mit dem Sniper-Comp hier? Wenn wir schon so einen Start haben, können wir in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Infinity-Age, Giant Slayer, Gin vielleicht, Deathblade, irgendwie sowas. Gucken wir mal. Build different, ne. Electro-Charge, ne, duett. Duett, it is, oh. Aber ich würde es trotzdem so machen und hier den Rex da noch mitnehmen. Bei Seiju, Jace, Caitlyn. Ne vier. Gin sind fünf. Ori sind sechs. Senna sind sieben. Und Seraphine sind acht. Und Gnar sind neun. Ist das hier der Play? Ich finde, das geht klar, Digga. Was traue ich damit? Morello? Aber auf wem? Auf Ori. Morello, Ori. So, wir wollen als drittes Damage-Item Last Whisper. Das heißt, Bogen, Crit, Rüstung ist hier unsere Reihenfolge. Crit, oder ne, Crit, Bogen, Rüstung. Crit, Bogen, Rüstung. Crit, Bogen ist auch da. Rüstung ist weg. Alles weg. Okay, was nehmen wir dann? Belt für Morello? Ja, vier Gold Belt ist doch klasse. Vier Gold Belt ist auch klasse. Was macht die überhaupt? Bringt das überhaupt irgendwas? Weiß ich nicht, muss das? Ja, das bringt was. Boah, wurde jetzt ein bisschen gekannt aus, weiß ich nicht. Nicht so viel, aber es bringt was. So, Tarn. Tarn. Oh, sehr viel. Bevor wir das falsch machen. So, nur drei Socialite, ne? Was brauchen wir nicht? Brauchen Jhin, Ori. Morddog GG, Klausus. Ach so, hast du fack zu ab? Und kurz vom Druck bis, du hast keinen Kugel. Verpiss dich. Aber gut, man hängt jetzt halt hier mit einem Malz auf eins und verkauft das direkt heiß. Was soll das? Du bist gleich tot. Du hältst deinen Schnaupt. Das ist hier eine Y1. Du hast scheiße Items. Y1! Gut. Hallo da. Oh, da sind Jays. Noch ein Giant Slayer. Noch ein Giant Slayer. Noch ein Giant Slayer. Ceri? Hallo. Ceri statt Catelyn? Äh, ne. Das haben wir Jays. Wir gehen auf 9 und spielen 4 in Force auf.